hey leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem spiel mit mir kanal heute mit schleim ja schleim in der dose aber das das sieht ja echt komisch aus als hätte da als hätte sich da jemand übergeben oder so das sieht ja super eklig aus schaut euch das mal an freunde oriental trading steht auch keine marke und was es genau sein soll ich hoffe es ist schleim und nichts anderes sieht man echt komisch aus und dann noch drei dosen super eklig machen es mal direkt auf das kann was werden das erste mal dass man das auch hier so öffnen kann also er ist auf jeden fall schleim okay es hat sich auf jeden fall keiner irgendwie übergeben oder so es riecht nach schleim okay es ist schleim aber da ist ein käfer drin was ist das weiß ich nicht ist das nur made und hier der schleim also das ist glaube ich dreckschleim oder sowas oder schleim aus keine ahnung ich weiß auch gar nicht was das hier sein soll jetzt komisch diesen schleim an mit irgendwelchen ekligen tierchen hier zum beispiel für sie auch ganz glücklich so ein käfer schleim fühlt sich natürlich wie schleim an also zum glück ist es schleim nicht irgendwas anderes ja okay dann machen wir vielleicht erst die anderen auf und dann schauen wir mal was für tierchen die über alles drin sind so nummer zwei also das ist mir echt interessant dass das zum ersten mal so noch verpackt kommt deswegen müssen wir jetzt glaube ich mal mit einer schere hier ganz vorsichtig öffnen sind die gleichen tierchen oder super super eklig super eklig leute soll ich das mal dann fühlt sich wie normaler schleim halt an sind auch die gleichen tierchen und ich denke mal hier ist auch noch mal das gleiche drinnen die haben wir bei amazon bestellt ich glaube es ist dreck schleim wenn ich das jetzt so gerade sehe ja es müsste dreck schleim irgendwie sein und dreimal die gleichen tierchen super eklig leute also es sieht auch nicht unbedingt wie normaler schleim aus wie gesagt so in der sieht das aus irgendwie wie dreck oder weiß ich nicht keine ahnung als wäre da irgendjemand auf toilette oder so gewesen weiß ich nicht keine ahnung sieht auf jeden fall sehr lustig aus besonders mit den tierchen hier kann man natürlich mal das ein oder andere machen also hier so vielleicht mal die eltern veräppeln oder so sieht natürlich echt witzig aus und hier der schleim super eklig leute okay mal wieder schleim in der dose oder dreckschleim in der dose mit verschiedenen tierchen aber was das hier ist weiß ich immer noch nicht vielleicht wisst ihr es hier und das fühlt sich auch alles so ganz glibberig an aber ein bisschen anders dass man ok leute vielleicht kennt ihr diese dinger ja schon dreckschleim ist das glaube ich ja dreckschleim müsste das sein aus der dose heute mal wieder schleim für euch ähm mir gefällt ja schleim sehr obwohl es super eklig ist ähm könnt ihr mal in die kommentare schreiben was euer lieblings schleim ist mir gefällt dieser hier sehr auch sehr gut ähm da gibt es aber bestimmt noch ein paar andere und da kommen bestimmt noch ein paar andere dazu aber das war's für heute schleim in der dose leute ich würde sagen wir sehen uns beim übernächst nein beim nächsten mal ciao